Georgian Johnson ist eine US-amerikanische Schauspielerin. Leben Johnson besuchte die Decora High School, das Luther College und die Northwestern University. Ihr Vater George war Inhaber einer kleinen Installationsfirma, die in Decora und Umgebung Aufträge ausführte. Er betätigte sich in seiner Freizeit als Amateurschauspieler. In den 1950er Jahren bis Anfang der 1960er Jahre war Johnson in mehreren Rollen am Broadway zu sehen. Ihr Broadway-Debüt gab sie im April 1953 in der Rolle der Christine Marlowe in der Komödie Room Service von Bernard Hart und Don Hershey. Von Oktober 1954 bis Januar 1955 war sie mit Mike Wallace in dem Theaterstück Reclining Figure von Martin Gabel und Henry M. Mark Hollis als Kessigerton zu sehen. Von Oktober 1958 bis Dezember 1958 übernahm sie die Rolle der Vicky Remsen in der Komödie Drink to Me Only von Abraham S. Guinness und Ira Wallach. In der Komödie Critics Choice von Ira Levin war sie von Dezember 1960 bis Mai 1961 in der Rolle der Angela Ballantine zu sehen. Regie führte bei dieser Produktion Otto Priminger. Dabei handelte es sich um ihre letzte Broadway-Arbeit. 1953 hatte sie bei ihren Bühnenauftritten am Broadway ihren späteren Ehemann Stanley Prager kennengelernt. Als beide kurzzeitig als Umbesetzung in der Wiederaufnahme des Theaterstücks Room Service auftraten, Johnson spezialisierte sich als Schauspielerin auf den Rollentypus des typischen US-amerikanischen Mädchens, Hausfrau oder der Freundin des jungen Komikers. Ihre wiederkehrende Rolle als die bedrohliche Prinzessin Arora in der bekannten Dumont-Television-Network-Serie Captain Video and His Video Rangers vergrößerte ihre Akzeptanz als dramatische Schauspielerin. Sie trat vor allem im Fernsehen auf. Ihre ersten Fernsehauftritte hatte sie in den Serien Goodyear-Television Playhouse, The Adventures of Valerie Queen und Tales of Tomorrow. In den 1950er Jahren wirkte sie auch in mehreren Kinofilmen mit darunter 1956 in Sunday Spectacular, The Bachelor und 1957 in Mit dem Saat an auf Du. In den 1960er Jahren war sie zunächst in der TV-Serie Alcoa Presence, One Step Beyond in der Rolle der Kate Maxwell zu sehen. 1962 spielte sie in dem Fernsehfilm Kings of Broadway. Ansonsten war sie in diesem Jahrzehnt fast ausschließlich in Fernsehserien zu sehen. Die einzige weitere Ausnahme war dabei der Film Asphalt Cowboy von 1969. Johnson war Anfang der 1970er Jahre zunächst in den TV-Serien in A World und dessen Spin-Off Summerset zu sehen. 1976 wirkte sie in der Tragikomödie der Strohmann an der Seite von Woody Allen und Zero Mostel mit. In der Serie A World Turns spielte sie von 1977 bis 1980 die Rolle der Jane Spencer. 1979 hatte sie einen Gastauftritt in der Fernsehserie Dallance. In den 1980er Jahren wirkte Johnson in mehreren Fernseh- und Kino-Rollen mit. Dabei hatte sie Serienrollen in Unter der Sonne Kaliforniens, Lou Grand Quincy, Herzbube mit zwei Damen und das Imperium, die Colby's. 1989 trat sie in Raumschiff Enterprise. Das nächste Jahrhundert in der Episode Klingonenbegegnung als Admiral Gormick auf. Zu Johnsons Filmen in diesem Zeitraum gehören der Thriller Kein Mord von der Stange, das Drama der Konflikte oder beide. Das Drama Quicksilver und die Komödie Blind Date Verabredung mit einer Unbekannten. 1983 spielte sie in dem Spielfilm The Day After, der Tag danach an der Seite von Jason Roberts die Rolle der Helen Oaks. Sie verkörperte die Ehefrau des im Mittelpunkt der Handlung stehenden Arztes Dr. Russell Oaks. Johnson trat in den 1990er Jahren fast ausschließlich in Fernsehrollen auf. Die beiden Ausnahmen dabei waren 1993 als Richterin in dem Spielfilm Der Kidnapper mit Patrick Swayze und 1999 als Mutter der weiblichen Hauptfigur Annabeth in Sieben Göhle Friends mit Laura Leighton. Zu ihren Serienrollen in dieser Zeit gehören Auftritte in der Krimiserie Mancuso FBI, Geschichten aus der Gruft, Seinfeld und von 1993 bis 1997 in Dr. Quinn Ärztin aus Leidenschaft. 2001 wirkte sie in einer kleinen Rolle in dem Thriller The Deep End Trügerische Stille ohne dabei im Abspann des Films genannt zu werden. Im selben Jahr war sie in der kurzlebigen Serie Kate Brescher zu sehen und wirkte auch im TV-Film Dr. Quinn, Medicine Woman, The Heart We're In Mid sowie in der TV-Serie Jack im Auftrag der Irre. 2002 war sie in den Serien Lady Cops knallhart weiblich und Crossing Jordan Pathologin mit Profil zu sehen. 2005 spielte sie in der Fernsehserie Ghost Whisperer Stimmen aus dem Jenseits die Rolle der Angela Ferrell. Ihren bislang letzten Auftritt hatte sie 2007 in der Krimiserie Cold Case, Familie. Johnson war mit dem 1972 verstorbenen Autor und Regisseur Stanley Prager verheiratet. Sie ist die Mutter von vier Töchtern, darunter die Schauspielerin Sally Prager. Von 1981 bis zu seinem Tod 2008 war sie mit dem Kleindarsteller Jack Tanner verheiratet. Filmografie 1952 Gutier Television Playhouse 1952 The Adventures of Ellery Queen 1952 Tales of Tomorrow 1956 The Bachelor 1957 Mit dem Satan auf Du 1965-1967 Auf der Flucht 1969 Asphalt Cowboy 1973 Der geheimnisvolle Engel 1976 Der Strohmann 1981 Kein Mord von der Stange 1983 The Day After Der Tag Danach 1986 Heißhunger 1988 Side by Side 1989 Raumschiff Enterprise Das nächste Jahrhundert 1993 1993 zu 1997 Dr. Quinn Ärztin aus Leidenschaft 1996 Twilight Man 2001 Dr. Quinn Medicine Woman The Heart Win 2005 Ghost Whisperer Stimmen aus dem Jenseits 2007 Cold Case Kein Opfer Ist je vergessen Das nächste Jahrhundert aus dem Jenseits von Jenseits von Jenseits